So, liebe Leute, willkommen zurück hier bei Magic 2012, nämlich der letzten Herausforderung, nämlich die dritte schwere Herausforderung, suche nicht länger, im Erzfeind-Modus. Und ich werde euch hier mal ein bisschen rein begleiten. Als erstes, was haben wir Schönes? Da gucken wir uns erstmal alles an. So, wir spielen hier mit grün-schwarz und bunt, schwarz, blau, rot, irgendwas, Deck. Und Arjani Goldmene, der bis jetzt im Spiel nicht vorgekommen ist, vielleicht wird er in der nächsten Expansion quasi kommen, dem Download-Content. Arjani Goldmene, weiß, hier anscheinend grün-weiß. So, was ist aber wichtig da dran? Wir haben hier Sachen auf der Hand, die uns eigentlich wenig nützen, bis auf, wo ist er? Ne, das Glücksrad. Das Glücksrad bewirkt, dass jeder Spieler alle Karten aus seiner Hand abwirft und dann sieben neue Karten zieht. Was wollen wir damit bezwecken? So, das ist erstmal, weil ich weiß nicht, was die Gegend auf seiner Hand hat. Das heißt, beziehungsweise er hat ja null Karten auf der Hand und das ist ja das Entscheidende. Denn da kommt gleich noch eine schöne Verzauberung ins Spiel von ihm. Ja, auf jeden Fall, was noch wichtig ist, ist, Entschuldigung, dieser gesichtslose Metzler. Das ist nur kurz Sprachverschlag. Der gesichtslose, gesichtslose Metzler. Der hat nämlich ein Viech im Exil bei sich, nämlich, wo ist es? Da, der Wasserwirbelskeader und das der Effekt, wenn der in die Karten von der Hand in deine Bibliothek und zieht dann genauso viele Karten. Das wird nämlich ganz wichtig sein. So, weil mit diesem Glücksrad besorgen wir nämlich dafür, dass der liebe Gegner erstmal sieben Karten auf die Hand bekommt. Und das wird noch sehr wichtig werden. Jetzt ist ja, zack, hier irgend so ein Scheiß hier passiert und es hat auf jeden Fall wieder 33 Lebenspunkte und da denkt man sich, was macht man denn da jetzt? Und ich habe noch vergessen, Land zu spielen. So, ich hoffe, das klappt trotzdem. So, Angriff. Wir ergreifen nämlich hier mit dem, äh, wo ist er? Zack. Mit dem, äh, hier. Ah, Plachenmager an. So. Äh, und immer wenn er einen Spieler Kampfschaden zufügt, werfen alle Spieler alle Karten auf ihre Hand ab zu den sieben Karten. Das heißt, jetzt nämlich ist hier, liegt die Verzauberung auf magische Art und Weise. Und immer wenn ein Spieler eine Karte zieht, äh, verliert dieser Spieler zwei Lebenspunkte, falls er nicht zwei bezahlt. So. Der Gegner hat alle hier getappt, das heißt, er kann gar nichts bezahlen, sondern muss direkt zwei Mana-Punkte zahlen. Nö? Und weil er ja sieben Karten auf der Hand hat, wird er gleich sieben neue Karten ziehen müssen. Und das ist, äh, unser Zweck nämlich. Ich meine, wir verlieren auch Lebenspunkte und, äh, unsere, unsere Kollegin auch. So, da kommt der Effekt. Da werden schon viele Schadenspunkte gemacht. So. Dann zieht der Gegner sieben neue Karten, weil er sieben auf der Hand hat, beziehungsweise die Karte sagt, dass er sieben ziehen soll. Erstmal, unsere Kovane verliert auch 14 Lebenspunkte, weil sie sieben auf der Hand hatte. Aber sie hat noch einen Lebenspunkt übrig. Und das ist das Entscheidende nämlich. So, die wird nämlich auf 1 reduziert. Dann müsst ihr eigentlich hier beim Tetheret anspringen, ja. Da verliert ihr jetzt nochmal 14 Lebenspunkte, weil ihr ja gar keinen Mana habt zu bezahlen. Super, ne? Das ist ein superer Karte, äh, Quatsch, Hand hier, ne? Nur ein Len da drauf. So. Da wird jetzt nochmal 14 Lebenspunkte übrig haben. Jetzt kommt nicht die Anfrage für mich. So. Da ist ganz wichtig, immer Lebenspunkte bezahlen. Weil, wenn wir nämlich die 2 Mana zahlen, die wir ja haben, wird gleich dieser Wasserwirbelskeader, der im Exil ist, bei uns im Exil bleiben. Und das ist nicht gut. Denn wir wollen ja, dass er wieder aus dem Exil herauskommt. Das heißt, wir aus dem Spiel herausscheiden. Und, äh, wenn diese Waffe, Wasserwirbelskeader, äh, ins Spiel kommt, das heißt, Exil ins Spiel bei ihm, wird der Effekt der Karte neu aktiviert und er muss wieder neue Karten ziehen. Das heißt, er muss seine, in die Hand, äh, seine aus der Hand gezogenen, da, da, äh, neu ziehen. Und, da das 7 Karten sind, 7 mal 2 sind 14. Das heißt, wir haben gewonnen. So einfach ist das Ganze. Hört sich kompliziert an, aber wenn man ein bisschen mehr drüber nachdenkt, ist es eigentlich sehr, sehr tricky. Aber eigentlich ganz logisch. Wie immer. Das war's schon. Dann, äh, bedanke ich mich fürs, äh, Zuschauen. Jetzt haben wir alle Challenges, alle Herausforderungen abgeschlossen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Abackel. Tschö, tschö. Tschö, tschö.